Was geht ab, Liete? Zeus hier zu einer weiteren Folge von der Super Mario Challenge und ja, Luca hat mir gesagt, mach doch mal ein Level ohne zu springen, nur mit Laufen. Wenn es gar nicht mehr geht, dann darf ich mal springen, aber höchstens nur zehnmal. Also ich muss die zehn Sprünge bedacht einsetzen. Okay, würde ich sagen, wir probieren es und wir sehen uns noch im Intro. Okay, ich habe mir das Level, ja, das zweite Pause Level mal ausgesucht, aber wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt ohne springen geht. Also zehnmal darf ich ja springen. Ja, aber gleich am Anfang muss ich schon springen. Einmal. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gemein. Oder ich gehe hier absolut ins Lava rein und schaue, ob ich bis zum Ende komme. Das ging schon mal gut. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ah, super. Also einmal habe ich gesprungen bisher, einmal nur. Und weiter geht's. Aber das zählt ja nicht, das macht er automatisch, das meine ich. Genau. Super. Okay, aber jetzt an der Stange oben, da muss ich ja fast abspringen davon. Und das sagen wir, das zählt nicht. Was meint ihr? Ich muss halt aber hier A drücken, das hilft ja nichts. Na gut. Oh, wir sagen, es zählt trotzdem mal Sprung, wir sagen zwei. Okay. Und weiter geht's. Ähm. Das übergehe ich schnell. Eieiei. Okay, ich mache jetzt hier meinen dritten Sprung. Zweiten. Hm, dritten Sprung. Äh. Und. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fiese Kamerastellung. Und tun wir einfach mal mein Herzen auffüllen, äh, mein Leben auffüllen. Und bin ich schon voll auf hier, äh, auf Zelda. Und werde jetzt die Plattform nutzen, um mich voranzubewegen. Ich habe das Level schon so lange nicht mehr so durchgezockt. Wenn ich den Speedrun-Style mache, dann lasse ich die Hälfte ja immer aus und spring rum wie ein Blöder, aber mal alles so ganz normal zu laufen. Oh nein, das verpasse ich den Anstieg nicht. Okay. Also wie war, oh Gott, ich bin immer so vergesslich. Aber mein dritter Sprung. Mein dritter Sprung, das glaube ich. Oder sagen wir mal. Was sagen wir jetzt? Mein vierter sogar. Okay. Und weiter geht's. Hier kann ich ja auch. Gut. Ohne. Oh. Sehr gefährlich. Aber geschafft. Komm schon. Ab zum Herz. Perfekt. Hallo? Die Stange? Geht das nicht? Geht nicht. Dann war das mein fünfter Sprung. Sechster Sprung. Ich überleg grad was. Okay, ich probier's. Kann ich mir halt schief gehen. Und hopp. Boah, gut. Okay. Neunter. Und dann Zehnter Sprung. Könnte eigentlich, könnte man so zählen lassen, oder? Na klasse. Jetzt noch Pause besiegen, ne? Alter Schwede, Alter Schwede. Ihr macht's mich fertig. Bowser ohne zu springen. Müsste eigentlich auch. Das ist ja kein Problem. Zweite Pause. Scheiße. Steh auf, du Idiot. Der zweite Pause dreht sich brutal schnell im Kreis. Zack. Oh, das war nicht ganz richtig. Wow. Okay. Oh, scheiße. Aber geschafft. Okay. Ja. Es war eine sehr interessante Challenge, muss ich sagen. Ich war ein bisschen ruhig, sorry. Ähm. Aber im Großen und Ganzen war das doch ganz gut, oder? Würde ich schon sagen. Yay. Das ist gar nicht wenigstens schon mal das obere Stockwerk. Das heißt, in Zukunft könnt ihr auch Aufgaben stellen, die in höheren Stockwerken stattfinden. Ähm. Falls ihr Super Mario gar nicht kennt und sagt so, hey, mir fällt aber nichts Tolles ein, oder so. Könnt ihr auch, ähm, so lustige Aufgaben mir stellen, wie zum Beispiel. Hm, lass mal überlegen. Was könnte man da machen? Ist aber noch nie drüber nachgedacht. Aber vielleicht so Aufgaben wie, äh, was weiß ich. Schaffe ein Level permanent eine Flugkappe, oder, äh, sammel die, die, sammelt die 100 Münzen, und alle 10 Münzen schreist du einmal laut, yo, wahrscheinlich, oder so'n Zeug. Man könnte ja auch so richtig, richtig dämliche Sachen machen. Super Glitch. Also, da geht alles Mögliche. Und, ich müsste eigentlich auch ganz hoch kommen. Schau mal, ob ich das hinkriege. Die Tür da oben ist eigentlich verschlossen, da braucht man 50 Powerstände dazu. Aber man kann, äh, sich da durchcheaten. Das zeige ich euch jetzt einfach mal ganz kurz noch. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ach, komm schon, rein mit dir. Äh, oh, komm schon. Was macht ihr da? Zerfix. Bist du ein Idiot? Ah, habt ihr's gesehen? War geil, oder? Wir machen's gleich nochmal. Yeah, 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 oh, geschafft, geil. Also, boah. Leicht ist es nicht, aber man kann's schaffen. Also, es gibt Leute, die schaffen's auf dem ersten Versuch ständig. Aber ich brauch mal ein bisschen länger, weil ich kann so schnell... Irgendwann gibt's auch die Puste aus. Kann ich nicht mehr so schnell A drücken. Aber ich hab's geschafft. Interessant ist, Toad ist gar nicht da. Das ist wirklich sehr interessant. Aber wir können's auch hier oben, die ganzen Levels machen, ohne weiteres. Muss immer wieder hochcheaten, ne? Und dann würd ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lass den Kommentar da, schreibt ein schönes Kommentar. Und dann, jo, viel Spaß auf YouTube. Ciao!